So, und weiter geht's schon wieder. Jo. Und was machst du nun da, Jason? Ich hab grad ne ganz... ...gefundene Armbrust. Ja, weil du dich nach Hause teleportierst. Nee, 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 hab ich nicht. Ich hab ne Armbrust, eben gerade ne goldene gefunden. Wartet mal ganz kurz. Ich muss das Zeug wegschmeißen, ja? Ich war ja irgendwie... Äh, brauchst du vielleicht ne... ...Armbrust, zwei Hand, mit zwei bis drei Schaden, ...plus 8 Liter Vitalität, ...hört die Angriffsgeschwindigkeit, jeder Treffer führt plus 2 Leben hinzu, ...1% des ursachten Schadens wird im Leben umgerechnet. ...und getötete Gegner. Ja, und wie viel Schaden hat die? 13,5. Hm, ja, kann ich gebrauchen. Oh, mehr. Ich bin neben dir. Hey, die ist ja... ...die ist ja gelb. Ja, deswegen ja. Oh, fuck. Falsch gemacht. Was? Fuck this shit. Ey, hier unten sind noch Viecher, ne, überhaupt? Die spawnen! Ah, ich bin egal. Wieso nimmst du das? Oh, ein Tagebuch des Totengräbers. Nach Reorics Ernennung zum König, brachte er viele Arme gesehen. Oh, hier unten. Hier unten. Und die wollen natürlich nicht. Wo ich hier druchstehe. Und die wollen natürliche, herum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Oh fuck, ich bin mir rausgeschaut. Echt jetzt? Jetzt gar nicht von morgens bis abends. Oh, da kann man aber vier Scheiß raus. Die Flettermäuse sind zu geil, um Kisten kaputt zu machen. Oh, ich habe einen Helm gefunden, Alter. Guck dir die Krone an, Alter. Ist übelst spiky. Ist übelst cake. Hat er spiked jetzt. Er hat sich geben, er ist spiked jetzt. Komm her, komm her. Oh, 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 oh! Komm, folgt mir, hier ist ein Schatzgoblin. Hier ist ein Schatzgoblin, folgt mir vorne. Ich bin ganz vorne durchgelaufen. Scheiße, hier ist noch noch, hier ist noch noch eine ench- ench, enchantedes Pack. Hier ist noch ein enchantedes Pack. Fuck! Fuck! Hier habe ich verlangsamt. Wo ist er? Ich sehe ich nicht mehr. Hier ist er. Wo ist er? Da hinten. in von Hedl Scheider hat er ein weiterer Knapp die Klinik auch mehr der Haar Helden war das knapp öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Klinik ist es eine Hälfte er hat selber nicht gemacht er stand irgendwo hin aber es ist klar sie hat uns einsteigen in den Namen sie sind da reingestürmt alter Lob, Jason, Lob! Ja, vielleicht. Eigentlich hat er nichts gemacht, aber... Sonst lief er nachher noch. Was habe ich denn eigentlich jetzt alles gekriegt? Kocho? Oh, nee, ich habe eine Intelligenzhose gekriegt. Ja, fuck yeah. Willst du eine robuste Tage? War das ein Tage? Nein, ein Schild. Oh, hier hinten ist ein Event, ne? Oh, hier oben? Oh, warte, 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 warte. Ja, ich schmeiß sowieso das gerade Zeug raus. Margot, ne Armbruch mit 10, 2, will ich auch keine Ahnung, ne? Ah, hier. Steinsarg. Tage und 20 Gold. Hier oben ist ein Event. Mal gucken. Ach, hier, da... Wollen wir gleich alle aktivieren, oder was? Pff, läuft jeder zu einem? Ich glaube zu dem nach unten. Der geht Mitte und der geht oben. Ich gehe oben. Okay. Jason, der Mütter. Ja, okay. Wir können die auch alle zur Mütte ziehen, oder? Dann kill wir die alle instant. Oder wir sterben jeweils einzeln. Hm. Alter Lady, du hühlt. Du hühlt. Jason, du musst auch hinlaufen, ne? Und nicht nur rumstehen. Ja, 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 ich geh. Ah, er hat mich geslowt, der Werk. Hast du deinen schon gekillt? Nee, das ist ja nur der eine. Verhoffen. Ach so. Aber dann kommen mehr Skilette gleichzeitig. Jetzt ist das Höllchen da. Ich hab grad Hallo gerufen. Wollen wir jetzt antworten? Hallo Martin. Wir haben Hallo gesagt. Wir haben ihn begrüßt. Oh mein Gott, ich hab seine Identität entblößt. Ernsthaft, du hast Höllchens Identität entblößt. Und dann Tweety-Töter. Was kann man jetzt sagen, der Höllchen? Warum Tweety-Töter? Weil er Tweety gerufen hat. Weiß das nicht mehr, Rocho? Tweety! Ach so, Tweety, ja. Wo ist einer? Tweety! Ist gestorben. Er ruft Tweety. Da unten haben wir noch nicht alles erforscht, ne? Pitchy Pitchy Popo. Oh Gott. Will einer ne Rüstung mit, äh, also ne Bein-Rüstung, ne? 19 Rüstung, 5% mehr Gold von Gegnern. Will das jemand? Äh. Ja. 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 Was ist so? Glücksbringende Lege. Oh, wieso sind wir noch Gegner? Geh ich noch! Alter, wo einer nicht gut gepult hat. Da meine Seite, ja. Ja, sag ich doch. Hast du das Zeug hier hingeschmissen, was hier unten liegt? Wahrscheinlich, oder? Möglich. Zwei Jena-Sama, der Fräse. Hä? Hast du die Ohren grad nicht getroffen? Ich bin Witch-Doktor. Grokho ist Bar-Bar und Jason ist Wizard, der mal wieder nichts sagt. Was hab ich? Ich hab schon beantwortet, Jason. Also du brauchst gar nichts sagen, ja. Sei einfach wieder AFK im Gedanken und lauf einfach umher. Was? Nee, bei mir rennt nur permanent irgendwer rein und raus und das nervt mich total. Ja, der macht Tür zu. Erster. Dafür gibts nen Schlüssel. Die Tür zu habe ich nicht. Gibt's nen Schlüssel? Wie sagst du keine Tür? Der Bauer, Bauer die zu. Das ist Diablo. Bauer die Tür zu. Ach shit, wieso hab ich eigentlich den Stein benutzt? Wir könnten doch T benutzen. Könnte man machen. Aber das ist uncool. Ich hab jetzt T benutzt. Erster. Das funktioniert nicht. Ach so. Ich hab zwar welche mit mehr Rüstung, aber... Regenerier ich kein Leben, aber ein Umgewicht hab. Will man ein 18er, Beinschutz? Nö, ne? Mit was drauf? Na, mit heilcool. Ich hab 5 Intelligenz drin, ja, bei denen. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König... 41 Intelligenz, alter. Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas sinnvollem ablenken. Und mit mein Leben wieder bedeuten. Ist der jetzt fertig mitreden, oder? Verfolgt mir und perfektioniert euer Handel. Wieso spricht der mit dir und ich mit mir? Ich habe deutliche Aufgaben vor mir. Und ich werde... Ja, du sprichst gerade. Lol. Holy shit. Kann sein, dass ich gleich weg bin. Wieso? Weil mein Vorderheilbraten alle macht. Und denn? Sollen wir ohne dich weitermachen? Der hat den Strom gleich weg. Müsst er wohl. Okay. Nee. Wieso? Nee, ohne Jason würde ich nicht weitermachen. Oh. Der muss da wieder aufholen. Aber wenn... Lass mal gucken, ob Kane was hat hier in seinem Haus, wa? Aufholen ist scheiße. Oh, Kane hat was im Haus. Da ist ein Buch. Oh. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Hat Lea was hier drin? Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit vorzuführen. Nee, Lea hat ne Strohhoff, brauchst nicht gucken. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Ich hab mir aber ne Chronik von Neutristra mitgenommen. Weißt du wat? Scheiß auf die Kuhglocke, die juckt mir irgendwann später. Ich rüste jetzt meinen Händler auf. Ach, nicht reden. Echt? Ist er weg? Händler aufrüsten. Fuck yeah. Eine Stufe. Fuck. Zwei Stufe krieg ich. Oh shit. Ab jetzt brauch ich denn so ne anderen Dinger. Seite eines Lehrwerks. Habe ich schon zwei Mal gemacht. Wie, zwei Mal hast du schon so ne Seiten gekriegt, oder was? Ja. Na, ich hab den schon zweimal aufgewertet. Wer ist das auf Stufe 4 denn? Der ist auf Stufe 4, der Schmied. Nee, meiner ist auf Stufe 5. Wieso? Ach, hast du denn schon so ne lustigen Dinger gefunden? Nee, ich hab mir die gekauft. Ach so. So, aber kostet das bestimmt jetzt Geld, oder nicht? Für 5 kostet 2200 oder so. Ach, hier ist das Buch. Hier ist ein Mojo. Uh. Was ich mir machen kann. Bastardschwert machen. Kann ich mir hier schon was? Ich glaube ich wär für die Dinger nicht gekauft. Kann ausgerüstet werden. Zauberstäbe kann ich nicht benutzen. Ich kann mir eine Axt machen, die ich ausrüsten kann. Kann ich mir ein Serum-Mini-Messer machen, aber ich bin doch nicht Stufe 17. Also fuck you. Aha, und das Ding. Hosen des Adepten. Der müssen wir ja wohl aufhören, wa? Für heute. Oder weil jetzt irgendwann Jason wieder da ist. Ja, sieht's aus. Fuck yeah. Nee, eigentlich nicht mehr. Fuck yeah. Der eigentlich im Alltraum spielt. Du wirst ja schon durch. Wir zum Ende singen, wer hat alles schwer. Ja, überdreht ist es wirklich schon so schwer. Aber das erdert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Nein. Schade. Nein. Nein. Deine dich ewig liebenden Mira. Okay, dann hau erstmal rein, ne? Hier haust du ab? Ja.